Seid ihr gut ins neue Jahr gestartet? Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes und vor allem ein gesundes neues Jahr. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei Wetter.net. Gebt doch dem Video gerne wieder den Daumen nach oben, klickt auch auf Abonnieren. In den kommenden Tagen, da sind auch mal Schneeflocken bis in tiefere Lagen mit dabei. In den tiefen Lagen kommen häufig aber nur Regentropfen an. Dazu ist es dann recht grau. Wir schauen gemeinsam auf die große Wetterlagenkarte und sehen, dass dieses Tiefdruckgebiet uns eben weiterhin recht wechselhaftes Wetter bringt. In der kommenden Nacht, da können wir viele Wolken am Himmel erkennen. Stellenweise werden die aber auch mal den Blick auf die Sterne freigeben. Örtlich werden sich aber auch Nebelschwaden bilden. Vor allen Dingen im Norden gelingt es da den Nebelschwaden auch gut, sich wieder vor die Sterne zu schieben. Dazu fallen dann vor allem an der Nordseeküste noch ein paar Regentropfen. Im Südosten, da gibt es dann Schneefälle und auch mal Schneeregen, hier müssen wir dann auch mal mit Glätte rechnen. Dazu gehen die Temperaturen auf 3 bis 1 Grad zurück an den Küsten, sonst wird es häufig frostig mit Werten zwischen 0 und minus 6 Grad. In den Alpentenern, da kann es sogar noch ein klein wenig kühler werden. Morgen dann Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Am wärmsten wird es vor allem im Nordwesten. In den höheren Lagen, da bleibt es auch im Tagesverlauf stellenweise frostig. Dazu sind einige Wolken unterwegs und es zieht sich ein Niederschlagsband vom Osten bis in den Südwesten und das bringt dann stellenweise mal Schneefälle. Im Osten häufig Schneeregen und Regen. Sowohl nördlich als auch südlich davon bleibt es häufig trocken und ab und zu kann sich da auch mal die Sonne an den Wolken vorbeidrängeln. Zum Wochenstart ein recht ähnliches Bild. Viele Wolken, dazu wenig Sonnenschein. Einzelne Schneefälle sind noch mit dabei. Im Norden häufig dann auch mal Schneeregen und Regen bei Werten zwischen minus 1 und 4 Grad. Am Dienstag, da werden minus 1 bis 5 Grad erreicht und die Temperaturverteilung, die bleibt so bestehen. Im Süden die kühlsten Werte, im Norden tendenziell die höchsten Werte. Dazu ist der Himmel häufig bedeckt, stellenweise stark bewölkt. Ab und zu da fallen dann auch weiter Regentropfen und Schneeflocken. Am Mittwoch weiterhin häufig bedeckter Himmel. Dazu dann vor allen Dingen in der Nordhälfte nochmal Schneefälle, Schneeregen und vor allen Dingen aber auch Regen bei minus 2 bis 5 Grad. Am Donnerstag, da kommen die Werte bis auf 4 Grad voran und dazu wird es dann auch ein wenig freundlicher. Sowohl Regentropfen als auch Schneeflocken sind die Ausnahme, aber auch nicht ganz ausgeschlossen. Dafür kann sich die Sonne dann schon relativ häufig gegen die Wolken behaupten und das gelingt hier besonders im Süden ziemlich gut. Schauen wir noch auf die Ensemblevorhersage, die 2 Meter Temperatur im Raum Berlin. Da sehen wir, dass die in den kommenden Tagen eigentlich recht gut über der 0 Grad Marke liegt, dann aber etwas zurückgehen wird. Allerdings sehen das hier die einzelnen Ensemblemitglieder alle noch ein bisschen anders. Die sind sich also noch nicht ganz einig. Da müssen wir also noch ein bisschen abwarten. Wenn wir mal auf die Schneefallwahrscheinlichkeiten schauen, da sehen wir, die sind nicht besonders hoch. Die kommen in den kommenden Tagen gerade mal, gerade so aber auch nur an die 50 Prozent heran. Entsprechend Schneeflocken können hier schon mal mit dabei sein. Wirklich wahrscheinlich ist das aber nicht. Schauen wir auch noch auf die 2 Meter Temperatur, die Ensemblevorhersage fürs Erzgebirge. Und da sehen wir, da sieht das Ganze natürlich schon ganz anders aus. Die Temperaturen wesentlich niedriger und die Schneefallwahrscheinlichkeiten wesentlich höher. In der Regel so zwischen 80 und 100 Prozent. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Habt einen wunderschönen restlichen Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Wetter.net.